Herzlich Willkommen zu meiner Show. Hallo, da sind wir wieder bei 1, 2, 3, Oberkörper frei. Heute spielt die deutsche Nationalmannschaft im Qualifikationsspiel gegen Lichtenstein zu Hause in Wolfsburg. Die deutsche Mannschaft ist schon durch, qualifiziert für die Weltmeisterschaft 2022 nächstes Jahr in Katar. Deswegen schauen wir heute optimistisch zu diesem Spiel. Die Bayern sind durch Corona nicht dabei, was man nicht verstehen kann als Geimpfter. Aber das muss jeder selber wissen und der DFB wird jetzt wahrscheinlich seine Maßnahmen ergreifen deswegen. Und ja, also wir freuen uns auf ein schönes Spiel mit diesen anderen deutschen Nationalspielern, die jetzt noch mit reingeschmissen werden, die jetzt heute die Chance bekommen, gegen Lichtenstein auflaufen zu können und hier zeigen, was sie können. Und ich tippe mal, ja, ein 4 zu 0 für die deutsche Nationalmannschaft mit lecker Reisdorf-Kölsch. Voll entspannt, gehen wir jetzt zur Aufstellung. Hier ist die Mannschaftsaufstellung der deutschen Nationalmannschaft gegen Lichtenstein. Im Tor Manuel Neuer, die zwei Innenverteidiger Kehrer und Rüdiger, linker Außenverteidiger Günther, rechter Hoffmann. Jetzt doppelt 6 ist Goretzka und Gündogan, vorne Dreier, links Außenverteidiger Sané, rechts Baku, dann auf der 10 Marco Reus und vorne Thomas Müller. Und auf geht's Jungs zur Halbzeit 1. So, auf geht's Deutschland. So, bisschen lauter. So, der Jogi ist verabschiedet worden heute in Wolfsburg. Ja, wir sagen Danke Jogi Löw, Weltmeister 2014. Und die letzten Spiele waren jetzt nicht so gut. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob der Hansi das übernimmt. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung vom DFB, den Hansi da. Schade, dass er von Bayern weggegangen ist. Ja, wir wollen nur machen. Und ja, für die deutsche Nationalmannschaft ist das eine super Verpflichtung. Und jetzt schauen wir erstmal, was passiert gegen Liechtenstein. Wir sind zwar qualifiziert, aber jetzt können wir schön entspannend hier, so schön wie im Oberlauf, hören wir uns das Spielchen der deutschen Nationalmannschaft. Haben Sie! Sechs Tulpe! Alles, was man als Bayerns Trainer holen kann, hat er geholt mit den Bayern. Das hatte auch bei unserem Mikrofon ja gesagt. Er ist der Beste, der es geben kann für dieses Abend als Bundestrainer. Und er ist das richtig gut gestartet eben mit 5-7 nacheinander. Sechs Elfante hat es, hat es besonnen, noch nie gegeben eines Bundestrainer. Ja, wir werden jetzt auch die Bayern nicht da sind. Was soll ich jetzt denn? Nein. So, leider. Auch Corona-bedingt, denke Sie haben das mitbekommen. Ja, mit den Bayern. Aber es ist ja... So, Schmeiß, Schmeiß. Schön, Müller. Und auch Gnabry. Ach, schade. Daraufhin in Quarantäne. Dann haben wir Martin Stocklaser, den Nationaltrainer Lichtensteins. Na gut, aber Sané ist dabei, Müller ist dabei, Guretzka ist dabei. Das war wie ein Punktgewinn für uns, hat er gesagt nach dem 0-2 im September. Ja, das war im September 2-0 gewonnen. In Lichtenstein. Ja gut, ich hoffe mal. 3-4-0 werden heute gewinnen. Thomas ist vorne. Thomas ist vorne. Ja. Ja, das war voll entspannend. Für ein Lettker Bierchen. Mit Elfter und Elfter. Mit Golle. Also Elfter und Elfter ist überall. Das ist für Köln ganz besonderes. Da wird die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Aber jetzt durch Corona, doch. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll war. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll war. Tempo hoch halten, viel Bewegung um den Ball, viel Zug zu Tor, Intensität hoch halten. Das sind alles so Parameter aus Eigenschaften, die Hansi Flick von seiner Mannschaft sehen will. Auf da. Auch wenn so die Totner schützen. Die vergangenen Wochen heute fehlen. Wie eben Timo Werner oder wie eben auch ein Serge Grabry. Ja, na gut. Aber die Mannschaft muss auch in der Lage sein, da 3, 4, 5 Tore zu machen wie Lichtenstein. Also das sind ja jetzt keine Kreisklasse-Spieler. Und Lichtenstein sind ja auch eigentlich alles Profis, glaube ich, oder? Hu 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 hu. Das ist Herr Günther, der Freiburger, heute Linksverteidiger, wieder berufen worden. Ja locker, komm. Komm Reus, machen wir jetzt. Ich bin ja jetzt so müde, ey. Oh. Ja. 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 Ja, die haben doch nichts zu verlieren. Ja. 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 Der Elfer ist der Einzige, der in einer ersten Liga in Europa spielt, und zwar in Finnland. In Finnland, ja, sehr klar. Hast du dich wieder gut vorbereitet? Aber das sagt natürlich auch alles, ist doch klar, absolut drittklassig nicht. Guck mal. Na, das sagen Sie auch selber. Sehr viele Amateure, die Amateur-Status einfach haben. Vier Spiele in der vierten Schweizer Liga, einer in der fünften. Das mal so zur Ausgangssituation. Boah, boah, boah. Ich spiele mal in der fünften Liga, so Mittelrhein-Liga und ein bisschen Nationalspiel. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis, überhaupt vor 26.000 Zuschauern zu spielen. Und dann auch noch gegen den viermaligen Weltmeister. Das ist ganz besonderes. Ja, natürlich. Das war ja gerade Gowetzka, weil er ist. Er spielt die Kimmich-Position. Um das nochmal hervorzuheben. Und Pytowan steht schon von vornherein auf der 10. Relativ hoch, also keine Doppel-Sechs. Die erste Entscheidung, die Ivana-Martin-Sechs treffen muss. Ho, ho, ho. Und zwar einem gerechtigten Peter zu geben. Boah. Ah, das ist Gowetzka, oder? Scheiße. Scheiße. Boah. Mit den Stollen am Hals. Jetzt Hofer, Lars. Ja, Hofer. Guck mal, der sofort noch zur Stelle ist. Er ist natürlich gleich entschuldig. Ja, aber... Boah. Da kann ich nichts dafür, aber... Boah. Mit den Stollen am Hals. Ey. Meinst du, was das Schmerzen sind? Boah. Guck mal, die Abdrücke, da hat der Gowetzka. Ja, gut. Er merkt, dass er da... Äh, Scheiße. Ähm. Ich kann ihm nur Geld geben da, weil vielleicht noch der Versuch da war, den Ball zu erreichen. Nee, nee, das ist einfach ein Platzverweis, trotz des Elfmeters und so ist es. Ja. Das ist unglücklich, aber... Das ist unglücklich, aber... Äh. ...gemacht hat, dass er da einfach eine falsche Entscheidung getroffen hat. Ey, der Arzt richtig entschieden, das ist rot. Das ist rot. Das ist rot. Ja. Aber rot ist rot. Und diese Aktion, schau mal, die Augen, Herr Hofer und schön, dass Leon anscheinend noch nicht so schön macht. Nee, der geht zum Ball, der sieht den gar nicht schnell. Ja. Ja, das hätte ich noch nicht gesehen. Ja. Jetzt wollen wir sehen. Und jetzt glaube ich, ist auch gut. Das will ich noch eine Wiederholung sehen. Und alles, äh... Ja. 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 Und wieder zurück nach Verletzung von Delmar Koba gefehlt. Schon zwei Batterien. In the girl! Deutschland Lichtentscheid 1-2. So, I'd love to go. Let's go again. Super. Leon. Voice. Good. Let's see, bei der Niederlage. Schön geworden, unser Neues-Damebe-Depo-Reus. Und erst Malin dazwischen. Noch guck mal, der kleine. Da, da. Da, da. Das ist dann spannend, so ein Spiel zu schauen, wenn er nicht umgezählt, ne. Ja, gut, hier hin werden wir. Aber, in der Weiß sind wir ja auch schon. Gute Halten dauer. Alter, Weiß. Besser mal quälig, als man den Spitzenwinkel raufzuschießen. Wir schienachen drinnen. Wir schauzen nach bei der deutschen Wahlkönz. Woffsch 했어요. Der Watt ist ja Kupfer, der weiss ist nicht auf der Bedeutung. Der Watt hat sich zu machen. Wer ist das gar nicht licht, als der Bedeutung, dann der Rockいます. dumpen, was die Mitarbeiterinnen und Erachter. Die Frau Fräulein. Und das sind jetzt hier im Herbst. Hier im Herbst. Ja, der Heroi ist in guter Form, auch schön. Die Rotzer Rallye, lass doch die Rotzer Rallye sein. In einem Land, das kleinste auf der Welt, 40.000, knapp 40.000 Einwohner heranzuführen. 40.000, ich glaube auf Rechner 50.000. Oder Gärten. Wahnsinn. Die EU-Talente ist jetzt nicht riesen groß. Aber der sagt auch, die Talente sollen, wenn möglich, schnell ins Ausland gehen. Also um die Schweiz zum Beispiel, nach Österreich, nach Deutschland und da schnell Erfahrungen zu sammeln. Um Nichtenstein einen Schritt weiter nach vorne zu legen. Ja, ich hätte nicht mehr. War schön gespielt, war schön gespielt. Dann wollen wir mal ganz klar zu sagen, hauptsächlich treffen hier Nebenberufler auf Hauptberufliche. Ja, das muss man ja. So, zack. Ja, warte. Ihr kucket, da steht er da. Da hast du schon. Boah! Gut gehalten, und wie auch die Schossen Fatku. Ja, das war gut. Der Barakou ist zuletzt nicht im Kader gewesen. Spielte ja im September gegen Lichtenstein. Danach spielt er erst keine Rolle mehr. Er musste abreißen. Ja, gut. Wir haben das Spiel jetzt die anderen draußen lassen können. Die Bayern oder so. Wir haben noch eine lange Saison für uns. Wenn ich direkt in die Anfangsformation gehe, ist man doch erstaunlich. Ja, der Barakou ist so gelang. Auch mal. Guretzka, Barakou. Guretzka. Guretzka, Kamal sure man sich dann so anfassen. Ha, 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 ha. Verdammt, wie auch die Oberkappiumsarbeit. Ja, egal. In der Ö-Fahrer. Der Ö-Fahrer. Der Ö-Fahrer. Ja, direkt mit Ö-Fahrer. Das geht. Die Liefenschleider-Gersbretze. 20 Kästen. Hasra. Mit zukommenden Ballrich. Kontrollierter Sebener. Ja. Boah. Da haben wir einen Grund. So langsam aber sicher. Zane. Zane im Tempo. Einmal aus. Aber sie haben Spaß. Sehr entwickelnd Spielfreude. Wir bleiben dabei. Sehr viel Bewegung drin. Ball läuft gut, läuft schnell. Oh, abseits. Ja. Gleiches. 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 Okay. Boah. Ein schöner Schuss. Von Hofmann. Geiler Trick. Geiler Trick. Geiler Trick. Geiler Trick. Geiler Trick. Ja. Geiler Trick. Ja. Ach. 2-0 Deutschland, ja, ich kann mal rein, ja, aber ich kann mal rein, ja, aber ich kann mal rein, ja, boah. Die Gäste kommen hinten hinaus, Hüriger, Asamne, Wolltiger, Gott, nicht geben, Günther, sofort scharf gemacht. Boah. Diese Mann hegt seine Hereingabe und hat versucht, Gautmann irgendwie noch zu retten, was da liegt. Sehr schwer, dann seid ihr zu retten. Jetzt zwei, 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 um ihr die Beeren. Aber er muss irgendwie bei Bakunen, Rollstern abhängen, einlaufen, aber einfach, es ist guter. Gott, Mann, 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 Mann. Ja, da standen wir auch beim Einschuss. Da haben wir Kaufmann in der vierten Schweizer Ligaspieles. Das war ein guter Neuer Team, wo wir die zwei wechseln und haupt gleich selber rein. Das wünscht man sich nicht mit diesem Vergleich zum letzten Spiel gegen das Jahr. Boah, das war geil gespielt. Das war geil gespielt. Das war geil gespielt. Das war ein Napschritt. Das war ein Napschritt. Ja, das war ein Napschritt. Jetzt müssen wir mal aufpassen, dass die da die Zwischenschraube kriegen, ne? Na, der Mann wieder. Zack und zack. Zack und zack. Also nur mal ganz kurz zum Vergleich. Im September in St. Gallen, dort hat er das Spiel statt gegen Linkenstein. Timo Werner in der 41. zum 1-0. Jetzt steht's nach 23 Minuten 3-0. Linkenstein Untertal. Ja, gut. Kommen überhaupt nicht in irgendeinen Zweigarten. Da ist die nächste Chance. Bügel verpasst, Reus. Spiel läuft weiter ab 4-0. Boah, geht's aber los, ey. Mit der zweistellig. Aber schön und spannend. Na, das ist doch mal ein schöner Besuch für Jogi Löw hier in Wolfburg. Und Linkenstein wird hier überlaufen, überrannt. Oh, der Müller. Auch der Kimi-Schlupfer gemacht. Ne, kein Absatz. Ja. 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 Okay. Und möglich. Weiß nicht, ob da vielleicht noch die Hand dran war von Sané vorher. Ne. Treffer zählt. 4-0. Alles gut. Aber guck mal, die haben jetzt schon Angst. Ich knallt schon im Ball da. Boah. Das wird ja zweistellig werden, oder? Ja, also das sieht nach zweistellig aus. Wir sind früh im Spiel, aber ich glaube, dass die deutsche Mannschaft weiter nachsetzen wird. Naja. Ja. Und auch Freitag. Ne. Ne. Könnte mal ein Hügel. Und guck mal in die Gesichter. Das ist natürlich jetzt. Das macht als Fußballspieler natürlich Spaß. Und die deutsche Nationalmannschaft allen voran unter Hansi Flick. Das ist jetzt nicht eine heutige Erkenntnis versucht permanent abzusetzen. Das will er auch. Die ganze Uhr, als mich ständig komplett in drei Stellen und gucken, dass wenn ich zweistellig runtergehe. Aber guck mal, die machen ja hier nicht richtig hinzu. Und auch gerade der Wechsel, Trainerwechsel hat das schon beeinflusst. Die Mannschaft spielt mit viel mehr Lauffreude und Junior. Ja, jetzt merkt man schon, dass das viel gebracht hat, was der Flick jetzt der Trainer ist. Also da ist schon mehr Spielfreude und der Einsatz. Guck mal, den Spaß da. Den Spaß haben. So, Dion Hüdiger hat 36 Pässe mehr als die Lichtensteiner Mannschaft zusammen. Das war deutlich diesen drei Kassenunterschied. Das muss man so hart sagen. Bedingt aber eben auch mit der roten Karte, dieser frühen roten Karte für ihr Sofa. und das ist's. Das ist'salig! S'alig! S'alig! Guck mal, den S'alig! So hört! Und dort angeschossen! Standart-Situation auch wichtig für Hansi Flick. Herr Müller. Herr Müller. Und jetzt? Neuer Ball war oder was? Herr Müller. Genau, weil er jetzt kapiert hat, dass er hinterherrennen muss, den Ball. Genau. Der ganze Klick sagt, weil eben scheint es Klick gemacht zu haben. Ja, das war auch vor einigen Monaten eben anders. Das muss man nochmal klar herausstellen. Aber umso positiver ist es noch jetzt, wer den Ball fordert. Wer dann eins gegen eins auch mutig gehen und wenn er den Ball verliert, sofort nachsetzt. Fabio Wolfinger wird gleich kommen. Das ist der vierten Liga in der Schweiz. Auf der linke Seite. Und da kommt es für Yannick Frick. So haben wir das Rekordtausschützen Mario Frick. Ja. Der ist auch natürlich komplett enttäuscht. Der muss jetzt nach der roten Karte ins Mittelfeld zurück. Er war eigentlich als Stürmer eingeteilt, als zweiter Stürmer. Bitter ist ein taktischer Wechsel. Aber ich denke mal, Faser versucht jetzt das Mittelfeld ein bisschen zu stärken. Weil da kommen Sie ja gar keinen Zweikampf. Und gar keinen Druck auf den Ball für den Spieler. Und wenn dann die finalen Pässe, Schildbälle, ohne Druck, das haben viele deutsche Spieler drauf. Ja. Man muss jetzt ein bisschen mehr zu machen. Kompakter stehen, lichten, streng. Jetzt kriegen die ja wirklich zweistellig. Naja, so mit viertel Stunden drinsteht und 4 und 0. Wir haben eine Stürmerposition. Wollen wir mal schauen. Das war echt zieh. Nein, nein, nein. Ja, ganz leere gedreht. Schön, du an. Hochmann, Böller. So, Ranovic jetzt mal ein bisschen Ballbesitz für Lichtenstein. Und sie kommen durch an Ranovic. Guck mal, ist er nicht wieder. In der ersten Ballbesitzphase. Niveau, Niveau. In einer knapp halben Stunde. 10 zu 0. Schüsse. Ach du Scheiß. Trabaco. Hofmann. Martin Pesse. Und eine eindeutige... Schwangen die auch noch hinten abends um 16 zu spielen. Da ist ein bisschen gescheit. ... mit Fahle und Wolfinger, ein bisschen mehr zu unterbinden. Diese... ... wohltemperierte Ballzirkulation der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und trotz vieler Ausfälle werden wir nochmal Janik Frick sehen. Der das nicht so nachvollziehen kann. Der hat gar keinen Bock mehr. Das geht mal schön in Ruhe. Trotz der vielen Ausfälleschritten muss man wirklich sagen, diese Mannschaft, die ja so in dieser Konstellation noch nicht zusammengespielt hat. Da ist jeder richtig gut drin. Mit einer entsprechenden Einstellung aus Spannung. Ja. Diese rote Karte hat natürlich eine Doppelwirkung gehabt. Bei der deutschen Mannschaft eben eine sehr positive. Du wusstest du jetzt noch einen Spieler weniger. Da wirst du eben zur Chance kommen. Und da freust du dich auch gegen so einen tief stehenden Gegner zu spielen. Ich glaube das war schon eine wichtige Entscheidung. Grundsätzlich für den weiteren Spielverlauf. Aber natürlich schön anzusehen. Und im nächsten Jahr hat glaube ich die Glauben verloren, durch die rote Karte. Dass sie hier irgendwie was positiv gestalten können. Ja. Aber wir sagen das immer wieder. Und wie das dann irgendeiner meint, das wird mir immer vergessen. Wir reden gegen einen krassen Außenseiter. Ja, man hat sich schwer getan. Es war 10 September. Und wir reden über Lichtenstein. Wir reden gegen die wirklichen, ernsthaften Mannschaften. Weil man will ja wieder an die Weltspitze oder erstmal in die Weltspitze. Gegen die hat die deutsche Mannschaft eben noch nicht gespielt. Und dann wird man erstmal spätestens dann sehen, wie weit denn so die entsprechende Entwicklung vorangeschnitten ist. Also eine gesunde Einordnung ist von nötig. Ja, und die Dicken kommen hier. Frankreich, Spanien, England, Italien, Portugal. Ja, dann kann man mal gucken, was das bringt. Die richtigen Steine sind auch mit Bayern am Dörer da liegen. Und nicht Göln oder so. Ich würde sagen, ich spiele jetzt in der Vierer Müll für Gebde etwas links. Und Wolfinger, der Neu reingekommen war, rechts. Alle müssen verteidigen. Nach vorne zählt heute nicht mehr. Ah, ich bin mit allem an hinten drin. Glaube ich nicht ganz. Ich weiß aber, ich habe keine Stimmung mehr. Die führen 4-0, die Deutschen. Da müsste doch jetzt hier Halligalli ohne Ende sein. Mensch, da hat einer immer singen, sangen, singen, sangen. Das war der Müller, der geflankt hat. Und Thomas Müller hat geflankt. Guck mal da, Thomas Müller hat 13. Ja, der dumm ist gar nicht. Es war eine Aktion, die da sind die Kinder. Oh, da regnet es. Wolfsburg. 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 Na, wieder. Zack. Oh, 10.000 Euro. Oh, Leeroy ist jetzt wieder. Ja, gewaltig. Ja, gewaltig. Eickball. O. O. Eickball. Eickball. Oh, guck mal der da. Einige sagen vielleicht das Talent, das auch mal ins Ausland wechseln könnte. Im Moment spielt der 4. Liga in der Schweiz. Aber einer, der für den Umbruch auch steht. Wo ist man? Und ein Wort Deutschland. Zehn Minuten. Dann machen wir das Bindel. Eine Einbahnstraße in Wolfsburg, in der die Lichtensteiner nicht vor und zurück kommen. Ja, ist ja klar. Jetzt einer weniger. Dann Amateure, alles. Ist ja klar, die da hinten Mauer. Der 4-0, da hast du ja keinen Bock mehr. Der ist nicht nach. Boah, der Müller. Ist dir zu viel. Das war schön anzusehen. Ja, du kannst doch bei 4-0 ein bisschen zaubern, Jungen. Was hilft dir denn noch? Das Spiel gewinnst du doch. Trotzdem musst du jetzt nicht 8-9-0 gewinnen. Aber Hauptsache, du machst mal was für die Zuschauer. Patricks und Tat. Ne? Wollen die Leute das sehen? Die wirst doch jetzt ganz sehr viel innen. Die Gäste? Nee, das ist so nicht. Frau ist gut gegen den Ball gaben. Ja, das Problem ist, die dürfen jetzt nicht versuchen mitzuspielen. Die Lichtensteiner nicht. Die versuchen mitzuspielen. Die Lichtensteiner nicht. Die Lichtensteiner nicht machen. Zu jetzt auch ein wichtiges Tor erzielt gegen Freiburg. Jawohl. Auch damit sehr viel Dynamik gespielt wieder, Leon Goretzka. Das war schwer, der schiebt den da hin, und der wird ja selbst angeschossen. Aber an einem Schritt zu weit vorn, und deshalb ist er so schwer eben an diesen beiden gekommen. Ja, das war gut. Also wenn man die beiden Gesichtsausrücke miteinander vergleicht, könnte es auch 0-0 stehen. Und zwar C ist 0-0, beide nicht so happy. Vielleicht hat sich das Hinspiel nicht vergessen, aber Spaß der Seite. Das ist oft so, als Trainerbespiel jetzt dann auch voll im Kugelbiegen... Naja, der Gart ist berechtigt, die Frau hat recht. Du, mehr ist im Ellenbogen, Herr Rüdiger. Naja, darf sich nicht beschweren. Ja, ganz... Ja, ja, klar. Von dem Stammspieler, der FC Chelsea, und er fehlt dann abschließend in Armenien am Sonntag. Hm. Das tut schon weh, wenn du so einen Ellenbogen gehabt hast. Das wird schlussisch. cos wir gucken mal, warum der Verletzungserbringung ist. Auf alle treffen hier. 1-0 vom Punkt, Imai Gyntuan. Ja, das ist 1-0 und Juste Preche. Aber Arne war auch schön gespielt. Die Konventionen auch gar nicht noch. Der Leeroy, was könnte direkt mal waschen von dem Müller. Das ist gut. Das ist gut. Der selbst auf die EM verzichtete, um mal etwas durchzuschlaufen, dass sein Körper sich auch mal erholt war. So häufig verletzt, konnte dann verletzungsfrei eine Vorbereitung mal durchziehen bei Borussia Dortmund. Das tut ihm wirklich gut. Ist sehr fit. Und der erste Torschuss geht in die Statistik ein von Aaron Seele. Der Müller lacht. In der 5. Liga der Schweiz Spiels aktuell am Managementstudium absolviert in Chur. Boah! Wenn der natürlich reingeht, ha ha ha, fiescht jetzt so was mit rein. Von vielen Aktionen betrachtet LKG Nohren. Ja, aber da wurde er sich ärgernd, weil den kann er auch mit der Innenseite ganz cool in die lange Ecke schieben. Das hat er drauf technisch. Aber er gibt volles Risiko. Und ich glaube da hat es richtig gezischt am rechten Ohr von Thomas Müller. Ja, und der Spaß in der Mannschaft ist dann. Aber wie gesagt, was der Reporter schon sagte, wenn dann mal die richtigen Kaliber kommen. Die großen Nationen. Da muss man mal schauen, was die deutsche Nationalmannschaft in der Lage ist zu bringen. Ein ganz großes Thema. Europapokal am Donnerstag. Sprich also Europa League und Europa Conference League. Da begleiten wir ja Eintracht Frankfurt, Weyer Leverkusen und Union Berlin. Und jetzt gucken wir mal auf Goretzka. Und er hatte genug mehr mit dabei bei seiner Idee, war er nicht. All das zu sehen war RTL unter anderem und aber auch bei RTL Plus mit Samenkonferenz. Das wäre ja auch abseits zu wenig. Also das dürfen Sie sich auch gerne mal anschauen. Europa League und Europa Conference League hier bei uns. Jetzt im Donnerstag holen wir wohl ein Nationalspiel. Nee, Donnerstag ist ja heute. Nächste Woche. Heute ist der Donnerstag. Heute ist der Donnerstag. Keine Stimmung mehr. Nee, Baku, Högl. Keine Stimmung mehr. So, war noch jetzt. Guter Wahl für... ...Rodigo Goretzka. Zack. Nerman und direkt wieder hier. Attacke. Boah, das geht doch schnell in die Deutschen. Ich will auch schnell den Deutschen aber, bis die jetzt hier umgeschaltet sind. Boah! Da war aber ein Buben, so ein Gewerzger. Das ist gut. 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 Das passt schon. Wir schauen gerade unseren Auswärtsspiel an. Roland. Ein Matcher wird bestimmt noch interessiert. In der zweiten Halbzeit. Aber ich muss ehrlich sagen, 14 Torschancen sind ja schon gut vor dem Fazit. Es ist ja gleich vorbei. Die Halbzeit, vier Toren müssen eigentlich mehr sein. Rundherum stark. Natürlich gegen eine Mannschaft mit einem Spieler weniger. Immer etwas reicher. Ecke. Das ist ja anders. Fünfte Ecke. Das sind Informationen von unten rein in den unten nah gespielt werden. Auf gute längere Verletzungsunterbringungen. in Richtung Boretzka. Na, Folge Borsinger und Rüdiger. Auf passen. Auf passen, ja. Gute Ecke. Sané. Abgeprallt, Rüdiger und Hasler zur Ecke. Auf der anderen Seite. Ja. Nikolas Hasler, der auch im Hauptbüro Fußballer ist. Auch wenn er ja bei der Major League Soccer gespielt ist. Er ist zum Beispiel Meister geworden. Zusammen mit Bastian Schweinsteiger in Toronto. Toronto. Die MLS, wie sie heißt, hat sich auch sehr stark entwickelt, sehr athletisch. Es ist doch schön, dass auch ein Profi dabei ist, bei den Gästen in Lichtenstein. Toronto. Ich weiß, wie ich es mit Toronto gespielt habe. Ich glaube, wie ich es mit Chicago Fire gespielt habe. Aber wie ist es mit Nudeln? Ich habe mich mit Chicago Fire gespielt, aber ich habe mich mit Toronto gespielt. Es ist mir ein Neues jetzt. Was ist mir ein Neues? Ich habe ein Neues. Was ist heute nicht passiert, so ein Neues. Gut von euch. Von Vommels. Von den Flinken, wie in der Baku. So sehe ich wieder an dir vorne. Der kommt nie runter. Er steigt zum Kopf bei. Karl Riebe. Auch heute noch, glaube ich. Nuriger Büchel, der nähert sich mit allem, was er noch zur Verfügung hat. Benjamin Büchel. Stefan, du warst selbst Trainer. Da setze ich mal in 50 Sekunden in die Lage von Hansi Flick, wenn du jetzt reingehst. Was sagt sie der Mannschaft um die Motivation hochzuhalten? Normaler Verletzungsmiss. Ich glaube, er hat die Mannschaft mittlerweile so im Griff, dass sie diese Intensität von vorn bis hinten lebt. Das sieht man auch. Die Mannschaft hört nicht auf, Druck zu machen und immer wieder auch zu rotieren. Viel Bewegung. Weißt du noch, wie statisch das war im ersten Spiel? In Lichtenstein heute immer Bewegung. Rechts taucht jeder mal auf. Wechsel der Positionen. Ne, jetzt würde ich sogar schauen, wem kann ich jetzt eine Halbzeit geben. Auch schon mal Richtung WM. Das läuft. Matcher ist eine schöne Geste vielleicht, ihn zu bringen jetzt. Er hat mir überlegt, ihn von Anfang an zu bringen, laut Pressekonferenz. Ja. Und dann könnte Müller oder Reus mal Luft holen. Die sind hier gesetzt. Und Matcher ja auch richtig gut drauf. Zuletzt für den VfL in der Liga getroffen, in der Champions League getroffen gegen Salzburg. Ein sehr interessanter Spieler, der einer Nummer 9 sehr nahe kommt, aber die er oft besprochen wird. Reus. Reus. So, Halbzeit ist. Deutschland führt 4 zu 0 gegen Lichtenstein. So, Halbzeit ist. Deutschland führt 4 zu 0 gegen Lichtenstein. Ja, was hat mir vor dem Spiel erwartet? Nichts Großes, dass es ein Sieg wird, war klar. Dann kam natürlich die rote Karte für Lichtenstein. Ja, unglücklich, war zwar rot, aber der Spieler guckt nur nach dem Ball und hebt den Fuß hoch und tritt dem Goretzka hier voll gegen den Hals. Der hat so Abdrücke und Schriemen Blut. Der hat sich direkt entschuldigt, ich habe ihn mit rausgebracht und und und. Der Junge konnte nichts dafür, aber vom Regelwerk ist es halt rot. Und die Frau, die Schiedsrichterin, hat ihn direkt rot. Die geben Elfmeter. Gündogan tritt an, macht eine souveräne Schiedsrichterin in der Ecke dort. Er lässt sich links fallen, vom Schützen aus gesehen. Und ja, ich hoffe mal, dass der an sie jetzt wechseln wird. Mal ein paar andere Spieler reinbringt. Jetzt zum Beispiel auch die Bayern-Spiele rausnehmen wird. Wie gesagt, das ist durch. Wir sind qualifiziert. Die machen das sehr gut. Kombinationsfußball war auch schön zu sehen. Der 3-0, das war echt toll. Und ja, also das ist ein entspanntes Spiel für mich heute. Die führen 4-0, da brennt nichts mehr an. Und ja, jetzt gucken wir mal, was in der zweiten Halbzeit passiert. Ich hoffe mal, dass andere noch reinkommen. Junge, unerfahrene Spieler, die jetzt auch ein bisschen schnuppern können. Und man kann ein bisschen ausprobieren bei 4-0. Also, auf geht's zur Halbzeit 2. So, auf geht's. Zweite Halbzeit. Deutschland gegen Liechtenstein. Ein Stand von 4-0 für Deutschland. In Unterzahlen. Oh ja. Nach 10 Minuten in den blauen Trikots. Ja, sehr gut. Ja. 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 Da wird variiert. Flexibel. Reus, Müller dahinter oder daneben. Du kannst jetzt ja auch mal mit zwei zentralen Spitzen spielen. Ich glaube, das ist auch eine richtige Variante. Und nochmal für alle, die etwas später dazugekommen sind, viele Ausfälle in seiner Mannschaft. Und sicher. Wie bitte. Wie bitte. What a lieb. Wie bitte. Wie bitte. Wie bitte. Wie bitte. die Hektik auf, die auf Hansi Frick sehr störte, hat sich klar positioniert, auch bezüglich des Themas Impfen, hat gesagt, er ist für ihn, er ist ja komplett überzeugt davon, der einzige Weg aus der Pandemie ist das Impfen und da sind wir sehr gespannt, Steffen, wobei man sagen muss, Niklas Süle hat einen vollständigen Impfschutz, also einen Impfdurchbruch, jetzt bekommen, aber da darf man sehr gespannt sein, wie es dann auch weitergeht im kommenden Jahr, wie Hansi Frick, der DFB reagiert, wie gespielt hat man eigentlich, ist der Herr Kimmich noch nicht geimpft? Ja, die Debatte ist natürlich noch nicht zu Ende und ich muss jetzt hier nicht, wie viele andere noch meinen Senf hinzugeben, aber ist ja klar, wenn es dann passiert, wie jetzt, direkter Coronafall, wir müssen nach Hause fahren, das ist natürlich das, was sich ein Trainer nicht wünscht, du bist ja da vorbereitet auf zwei, qualitativ, stellen wir uns nun mal vor, wir werden noch nicht qualifiziert, zum Glück lief das Positiv, also Hansi Frick hat einen dicken Hals und ich kann das auch nachvollziehen, aber jetzt ist natürlich auch noch ein wichtiger Spiel. Gut, da bringt er nochmal gut rein, Reus, und noch mal Reus. Oje, oje, oje. Boah, der war super. Ja, schön, natürlich, die Fee, der flog richtig schön nach außen. Gut gesehen, Sané und jetzt ist er drin, Donald Buck, Leeroy, Sané. Seht ihr? Schaut sich schon davor, oder? Es wird gecheckt, ist doch gerade eine Frage, nicht jedes Tor sowieso. Das ist absolut freundlich. Das wird auf jeden Fall gecheckt. Ja, wenn Müller im Upside steht, dann beeinflusst er natürlich, dass sich das Brunner springt. Die Situation aber er erzählt. Er erzählt. Doppelter Torschütze Traglau im September in St. Gallen gegen Liechtenstein zum 2-0. Also 5-0 Tor zählt. Deutschland. Miroi Doppelter. crushingπόν. Gleich Escape 1995 folgt. Detectoren sind die Wirklichkeit der Landwirte, aber vielleicht noch bes samo. Von heute geht's. Ein Wort hat noch zu Impfen, ich meine, den Hans-Team- oczywiście hat es ja auch gesagt. Wir stehen alle in der Öffentlichkeit und es wird gerade diskutiert. Wenn es eventuell bei einigen Berufsgruppen sogar Impfpflicht, wir reden über 2G, 3G an Arbeitsplätzen und das muss natürlich auch dann im privilegierten Profifußball outdiskutiert werden, wie man dort dann mit Corona weiterhin umgeht. Welche Regel man da auch einsetzt, das muss man auch ganz klar mal sagen. Ja, Impfpflicht ist ja nicht möglich, also das sollten wir schon mal klarstellen, aber es ist doch normal, dass wir drüber reden, gerade bei Fußgarten. Ja, aber was heißt Impfpflicht ist nicht da, ist man das da immer, ist man das so, wie das nicht wirkt. Aber ich sage noch mal kurz, aber dann bin ich auch durch, ich mache das, dann machen wir das auch. Weil ich glaube, wenn jeder so denkt, wie Kimmich, dann haben wir ein Problem. Also deswegen glaube ich, ist es richtig, sich impfen zu lassen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall gesund. Ja, Zuschauer. So, jetzt mal nicht alles zu leicht nehmen mit dieser scheiß Corona. Dann verlegen wir den ersten Doppelpack von Leroy Sané in BNB-Dress. Zählt das als Torschuss, Marco? Nein, ich habe nicht. Obwohl, weil auch Torben da reingeht. So, mal ein Moment. Guck mal, das ist ein Hasler. Das ist ein guter Fußballer. Das ist Sandro Wolfinger. Und jetzt kommt noch Gasse in Deutschland. Vorne gerückt, die linken Steine stehen da hinten sehr luftig. Also sehr viel Platz mal für die deutsche Mannschaft mit Müller. Und da kommt Neuhaus, Büchel. Boah, das ist jetzt halt ein bisschen geil. Wie wir gesagt haben vor der Partie, naja, das Spiel ist quasi bedeutungslos. Weil die deutsche Mannschaft ja schon qualifiziert ist für die Fußball-Weltmeisterschaft. Aber ich finde es so bedeutungslos, auch wenn es gegen Lichtenstein geht, bei allem Respekt, ist es gar nicht. Weil es sind ja dann eben quasi jetzt auch Bewerbungen, die man Richtung dem Bundestrainer absenden kann. Genau. Da kann ich mich erinnern an die Phase mit Joachim Löw, wo es nicht so rund liegt, keine Intensität mit spielen. Und wo dann eben auch kein Konkurrenzkampf da war oder er nicht geschürt wurde. Jetzt spürt man das. Und die Mannschaft versucht weiter Tempo zu machen, versucht Fußball zu kombinieren, so einen tiefstehenden Gegner eben auch immer wieder zu stressen. Das ist ganz wichtig. Das ist eine Entwicklung. Auch schon im Vergleich zum letzten Spiel nicht gesteignet. Jetzt sind die ein Mann weniger, aber man sieht eigentlich eine richtig gute Spielanlage. Überladenzentrum wie jetzt, dann wieder nach außen, um einfach hinter die letzte Fünferreihe zu kommen. Und dann wird es nicht der Lohn. Und dann wird es nicht der Lohn. Weil du es ja auch wirklich gut einschätzen kannst. Ich meine, die Fußball-Gelm ist noch weit weg, über ein, also knapp ein Jahr jetzt noch. Und nichtsdestotrotz, aus deiner eigenen Erfahrung, während wir nochmal auf das Tor blicken und sehen, dass es kein Abseits war von Thomas Müller, das dann als strafbar zu ahnden gewesen wäre, aus deiner eigenen Erfahrung, ein Jahr vor einem großen Turnier, wie hast du das erlebt damals? War das damals auch schon dann dieser Konkurrenzkampf, auch wenn man wusste, das Turnier ist noch in weiter Ferne? Nee, der Unterschied wirklich zu damals war, es war immer Konkurrenzkampf. Also, wenn du eingeladen wurdest, nach einer bestimmten Zeit, bei mir hat es ein paar Jahre gedauert, dann warst du so nervös, selbst beim Training, weil du wusstest, du musst immer an die Grenze gehen, um überhaupt die Berechtigung zu haben, Teil dieser Mannschaft zu sein. Das hat sich alles ein bisschen verändert. Und will jetzt gar nicht sagen, dass es schlechter ist, aber dieser Faktor, dass du immer unter Druck warst und der Konkurrenzkampf immer riesengroß und du eben erst mal ein, zwei Jahre top spielen musstest, um überhaupt eingeladen zu werden, das hat sich jeden verändert. Aber du schaust jetzt noch nicht zu werden, das muss ich auch nochmal klar sagen, das ist dann doch schon noch ein bisschen weit weg. Ja, jetzt schaust du von Spiel zu Spiel, wann kriege ich meine Einsatzmöglichkeiten und so wie es heute läuft, ist doch wunderbar. Spatou war eigentlich komplett weg. Jetzt ist er wieder da, wegen dieser Corona-Situation und insgesamt steht er auf dem Platz und macht ein ordentliches Spiel. Da freut man sich dann mit als ehemaliger Spieler und so schnell kann es dann eben auch gehen, dass du sofort wieder ein Teil der Mannschaft bist. Hansi Klick hat ja auch gesagt, Nationalspieler ist dann permanent. Er will ja auch, dass Trainingsinhalte mitgenommen werden zur täglichen Vereinsarbeit. Das heißt also, Standards, Geschichten, taktisches Verhalten, dass das während der täglichen Vereinsarbeit nicht in Vergessenheit gerät bei den Nationalspielern. Also Hausaufgaben. Das ist mein Wett auszudrücken. Man soll machen, in Anführungszeichen, dass man sich das Trainer auch sich vorstellen kann. Aber jetzt schauen wir es mal, da ist es. Und jetzt steht es, legt sich zurück. Boah, wie schießt der Müller denn? Zweiter Aluminium-Treffer. Toller Kombinationsfußball, also das muss man schon schnell noch sagen, weil das schon auch eine Qualität ist jetzt gegen neun Verteidigte trotzdem immer wieder zum Torstein ist gekommen. Und das Kletcher. Und das kann ich ja sagen, das wäre sein Debüt, glaube ich. Noah Büchel. Vakuum Büchel, der versucht hier alles zu halten, was es zu halten gibt. Tolle Leistung. Hier, da brennen die Handschuhe, ganz sicher. Ich bin ja nicht hier an dem Spiel. Ja, die spielen da ja auf jeden Fall in Agakiri, die richtigen Steinhage. Wenn ich da 5-0 zurückliege, dann knall ich den Ball doch weg und versucht, das nicht spielerisch zu lösen. Aber das muss man auch wissen, dass die ja 4-5-5-Ligen werden nicht hinterher stehen, die Profis von der besten Mannschaften der Welt. Ich muss ja auch mal weg, nein. To Manu wieder. To Manu. Jetzt drei und vier Mittelfeldspieler, kein Schlömer mehr. Lola, kommt jeder zu mir? Äh, Eeey! Heeeey! Heeeey e-heh he-heh 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 he uuuuu uuuuh Und Taking Abschluss Wenn man so gestanden hätte, hätte man da Verschiedenes gemacht, oder? Büchel gegen Deutschland. Wunschu-Banzhock hält das Tempo hoch. Wunschu-Banzhock will auch die 26.000 Zuschauer hier weiter unterhalten und mehr Tore erzielen gegen das dezimierte Liechtenstein. Gut, ich hätte jetzt nicht so hoch aus wollen. Ein, zwei Türchen kann man vielleicht noch machen, aber dann ist auch gut. Komplett natürlich folgt. Die Visionen der Herangehensweisen kommen sehr gut an. Nehmt ja auch die Vereine mit, die Vereinstrainer. Man hat lange telefoniert zum Beispiel mit Florian Kohfeldt, dem neuen Wolfburger Trainer zuletzt. ist sehr präsent, auch in den Stadien. In seinem Co, Daniel, wie Marco Sorg. Seht das große Ganze, seht das wir. Aber noch einmal einen ganz großen Test. Den hat es natürlich bis hierhin noch nicht gegeben. Ja. 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 Wir haben schon gute R-Spiel. Im Wahnsinn. Ja. 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 Und der Ball ist nicht drin. Nicht drin. Ja. 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 Ja, ja. 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 Ja, ja. 25.000 rein in die, was du dir mal vorstellen wolltest, du kannst so viel Geld haben, warum so ein kleines Stadion, das sind ja 50.000 weniger als in München. Neusburg nahe 2003, da gab es ein 4-1 gegen Kanada und 2019 ein 1-1 gegen Serbien, als unser Co-Kommentator Steffen Freund sein Debüt hier an meiner Seite gegeben hat. Stimmt, die Zeit vergeht. Woh! Man hat das Klaue, woh! 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 Ah, gut, der Rudolf, der geht dann da jetzt. Ach der. Ein weiterer Wolfsburger, und zwar ein Eigengewächs. Maxi Arnold, nachnominiert, wird kommen. Auch der nachnominierte Kevin Fordland, der inzwischen in Frankreich spielt. Frankreich? Bei der AS Monaco. Ach ja, dann. Die ist ja noch mal warm. Vorwatsch. Baku, Baku. Er ist in Wirklichkeit für die Wechsel. War und einer für das zentrale Mittelfeld. Das ist seine Stammposition beim VW. Er kommt zu seinem zweiten Länderspiel. Sein erstes Länderspiel nach über sieben Jahren. Und er kommt für den sehr guten Hitler, Güdenloin. Viele Bälle wie Vora, viele Bälle verteilt. Mit den Strafrauben reingerückt, was er gerne macht. Ja, das ist so unglaublich für Sané. Und der Doppeltor-Sitzer, Leroy Sané geht's, aber er sehr fleißig, und für ihn Kevin Follans. Alles positionsgezogen. Hier ist ein Abklatschweiler. Oder auch beide abwechselnd sich dementsprechend einschalten. Und Kurtz und Wündloin und Sané haben zwei sehr, sehr gute Leistungen. Sprechkörner Maxi Arnold, alle drei Wolfsburger. Also jetzt hier auf dem Rasen. Und Maxi Arnold, ja, die Konkurrenz war in den vergangenen Jahren immer enorm groß. Und Toni Kroos, nicht zu vergessen, der in der Europameisterschaft seinen Rücktritt verkündet hat. Aber was Maximilian Arnold über die vergangenen Jahre hinweg, ja, unnatürliches Vorspiel von Arnold, auch geleistet hat in meinem VfL, aber nie die Chance bekommen hat. Heute bekommt er sie, und ich finde auch zu Recht, inzwischen 27 Jahre alt, absoluter Stammspieler bei den Wölfen. Oh, der Mahmoud. Mahmoud spielt auch noch mit. Malättchen runtertouren. Das Zeitcom mal runterrutscht. Malättchen runtertouren. Malättchen runterrutschen. Malättchen, zack. Manu kann schon mal berichern ato. Kann man berichern atem Manuel. Na es mal wieder. Schüsse aufs Tor, die hat noch einen Torschuss. Raubendorschuss. 14 zu 0 Schüsse aufs Tor. 82% Ballbesitzung. Im Übrigen haben im September, als die beiden Mannschaften sich trafen, insgesamt nur 7 Schüsse aufs Tor. Liegt das heute auch daran, nicht nur an der gesteigerten Spielfreude, an der gesteigerten Bewegung, auch gerade ohne Ball, dass die deutsche Mannschaft zu vielen Abschlüssen aufs Tor kommt oder natürlich auch geschuldet des Platzverweises? Als erstes Platzverweis. Aber ich war mir heute auch relativ sicher vorgespielt, dass die deutsche Mannschaft heute besser spielt als in dem Spiel, weil einfach auch der Einfluss von Hansi Flick und eben auch die Intensität in allen Spielen danach größer war. Die Reaktion auch damals super, dort 6-0 an den Armenien zu Hause. Also die deutsche Nationalmannschaft unter Hansi Flick macht wirklich einen richtig guten Eindruck gegen kleine Mannschaften, um das nochmal hervorzuziehen. Parkour! Ja, war noch ein bisschen keine große Mannschaft, nur erst der Manu, der schließt mal Manu. Manu hat mehr Ballbesitz, als die Liechtensteiner zusammengestellt. Günther, Müller, Günther übernimmt und 1,5 Meter sagt Ivana Martincic. Ja, und die ersten Liechtensteiner haben auch schon hier und da ein paar Kämpfe. Zu wenig. Ich glaube, man stellt schon die Fuß rein. Ja, genau. Der Kontakt ist schon so, dass die Winter fallen muss. Kann man das mal so gelten lassen bei dem Spielstart. Aber es gibt wahrscheinlich, was auch so machen. Das Marlin liegt da, glaube ich. Da stehen zwei, die jetzt gerne kommen wollen würden. Raphael Grünenfelder und Livio Meier. Das ist der Wolfinger, der da liegt. Fabio Wolfinger, der 16er. Da muss man auch raus. Und auf Salamowitsch geht's. Raphael Grünenfelder. So, Livio Meier ist drin, einer für das rechte Mittelfeld, auch in der 4. Schweizer Liga. Er ist das Wolfinger. Fabio Wolfinger, der ja auch eingewechselt wurde, das war er in der ersten Hälfte. Noch mal den Innenverteidiger, aber da geht's Robert wieder ins Mittelfeld, wo er auch angefangen hatte. Ja, ist trotzdem cool, wenn die Nationalspieler ist. Wie geil, ob das Land ist, wo nur 40.000 wohnen oder ein Land ist, wo wie Deutschland 80.000, Millionen wohnen, Nationalspieler als Nationalspieler, ne? Kannst du immer sagen, ich war Nationalspieler von, weil es war nicht, ne? 20 Minuten noch, brauchen wir den Hinweis für Sie, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. 10.000 Euro können Sie am Salm, das Kennwort lautet Tor. Alle Infos im Internet im Text, Seite 619 oder unter binario.de. Das ist ja mal ab, Brüder, ja. Der ist ja komplett neu, der zusammenspielt, also da können natürlich noch nicht so viele Automatisten vorhanden sein. Aber jeder ist noch unabhängig, auch von den Neuen wie Arnold Neuhaus, der auch wenig bisher gespielt hat unter H.T. Flick. Matthias Ginter, kann ich Ihnen sagen, steht unten bereit, der auch nicht happy ist. Kreta im September, aufgrund einer Corona-Infektion. Im Oktober nicht gespielt, Thilo Kehrer hat im Moment die Nase vorn. Und Mats Hummels hat Hansi Flickner Rücksprache nochmal eine Pause gegönnt. Er hatte ja langwierige, ich glaube, Paternasien Probleme, Mats Hummels, dann ist er wieder wirklich fit, wie er selbst auch sagt. Aber er hat auch sehr viel gespielt, deswegen ist er noch kein Thema gewesen, jetzt zu diesem Länderspiel-Lehrgang im Monat November. Und Ginter scheint so in der Rangordnung nach hinten gerutscht zu sein. Ja, das ist auch eine grundsätzlich bittere Situation. Fehlt das erste Mal unter Hansi Flick wegen Corona und gleichzeitig nützt man andere ihre Chance. Und vorher waren sehr wichtig für Spieler und jetzt kommt ja Philippira unter für ihn, der das auch sehr ordentlich macht hat. Ja, der Gladbacher, der auch nicht nur Innenverteidiger spielen kann, auch Rechtsverteidiger spielen könnte. Ja, da hat er durchaus Variabilität. Ja, und noch zentrales Defensives-Mittelfeld. Sollte Kimmich mal lecker ausfallen, das ist ja auch sicherlich eine Variante. Ja, wenn wir so recht ist, ist zwar ober schön. Heute nicht. Und spielt entspannt zu schauen, aber es ist ja schon besser, wenn es um was geht. Dann fieberst du ja mehr mit und alles so. Und dann fieberst du ja mehr mit und alles so. Und dann fieberst du ja mehr mit und alles so. Abstoß. Und da die zwei hin. Das ist ein Bierstrück. Ja, da kommen noch ein paar dazu, am Sonntag wissen wir gar nicht, was sie auch gewinnen, ohne die Bayern, ohne alle Bayern. Das gelingt also an die Krieg. Ja, das ist schön. An sie wird es schon richtig. Und am Sonntag geht es dann in Armenien, in Armenien. Ja, da musst du wieder reizen und alles. Scheiße. In diesem Kalenderjahr 2021. Ja, ich hoffe, er wird auch ein Sieg werden am Sonntag. Und für die Armenien geht es ja möglicherweise noch um was. Und zack, alle wieder zurückstellen. Sehr gut. Das ist natürlich auch auf Reiben, denn dann von Koma 16 er direkt wieder zurückkehren muss. Bei der ganzen Zeit. Also Platz 2 ist ja in dieser Gruppe noch wirklich umkämpft. Mit Rumänien, Nordmazedonien, Armenien. Und Schluss wird eine Stunde läuft. Und es läuft noch der Europapokal. Spielt die Europa League, die Europa Conference League. Und wir übertragen bei der Europapokal. Es spielt die Europa League, die Europa Conference League. Ende des Monats geht es dann weiter. Wir übertragen bei RTL. Die Frankfurt der Eintracht. Bei RTL Plus läuft dann Bayern wirklich Leverkusen. Also die Europa League. Und nun wir in Berlin, die ja noch eine Chance haben. In der Europa Conference League weiterzukommen. Und viel Europa Pokal bei RTL und bei RTL Plus. Und jetzt wieder Büchel. Diesmal marklos. Fahne weit unten. Satt 1 vorbei. 6-0. Das Lemonade ist es gut. Wenn du wirst du in der Welt durch? Puh, Puh. 4-0. Puh, Puh, Puh. Puh, Puh, Puh! Puh, 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 Puh. Ja, das zählt bestimmt nicht, oder? Darf das Ganze nicht sein, da steht ja einer drauf. Ja? Kein Nachschutz. Aber Strager kommt da zuvor vor dem Winter, der liegt bis nach Grazo auf der Linie, retten können. Und dann ist es, ja, gut nachgesetzt. Erzett. 6-0. 6-0. Thomas Müller. 41 Länderspieler von Thomas Müller. Gut tun, am Tor beteiligt gewesen zu sein. Und noch mal 13 Minuten. Absatz. Oh-ho-ho-ho-ho-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Okay, absatz von der hinten. Ja, bittere Arten für ihn hier, für Martin Schoenglaser, der damals auch in Dresden gespielt, in der Regionallega, ist schon länger her. Aber seine Mannschaft fährt sich nach glücklichen Kräften. Ein überragender Torhüter, der mit Unterzahl kostet das so viel Kraft, anderthalbmal Entlastung geschafft, wenn überhaupt, und voll an Glatte. Das war jetzt schon ein Matcher, ist dann aktiv geworden. Aber wieder so ein Schiffball, ist eine sehr gute Variante im modernen Fußball geworden, wie so eine tiefstehende Kette dann einfach nur dahinter legen, den Ball anzulaufen. Nicht so wie hinter die Kette spielen. Schiff. Schiff. Oh Mann ey. Oh Mann! Oh Mann! Wir sind immer noch einmal. Und jetzt? Okay. Das ist toll. Okay. Und jetzt? Und jetzt? Ich probiere dafür. Ich probiere dazu. Ich probiere, dann muss ich besser auf. Einmal anderes. Ich probiere. Warum? Ich probiere, ich probiere. Was für ein Tor, ey. Junge, 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 da ist ja... Aber dass solche Mannschaften überhaupt da mitstehen würden, weiß ich nicht. Das ist ja ein Kanonvorteil. Da sollten die Deutschen dann erstmal bei sich ein... Das ist doch so, die nicht wählt. Die Mannschaft, ja. Steht vor, gegen Frissing. Ich glaube, der Willing. Doch, der Willingsohn. Toto. Riedle, Baku, sein erstes Länderspiel-Tor im dritten Länderspiel. Jetzt rickelt auch mal Hansi Fleck. Das lächelt auch mal Hansi Fleck bei 7-0. Der Ball nicht brauche ich spielen, da verstehe ich nicht. Die spielen da mit. Und die liegen 7-0 zurück. Und dann, wie gesagt, spöre den Ball da nach vorne. Um die Zeit jetzt runterzuspielen, versuchen die gegen die da einzuspielen. Und dann, wie gesagt. Der Thomas. Der Thomas. Ah, ist ja gut. Ich mache mir jetzt zu weit auf. Meinen die jetzt, sie können noch 8-0 schießen oder 7-0. Wozu die Washington. Neuhaus zum 1. Neuhaus zum 1. Neuhaus und Willian spielen. Da ist gleich ein deutsches Highs. Neuhaus zum 1. 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 Ein sehr versöhnlicher Jahresabschluss zu Hause. Ich denke, positiv kommt halt vieles zusammen. Die rote Karte hat sicherlich geholfen, aber wir hätten trotzdem auch heute klar gewonnen. Das sieht man einfach an der grundsätzlichen Leistung der Mannschaft. Das passt. Man hört nicht auf. Auch gute Mischung aus Kuba-Centrum, dann wieder über die Außen, Spielverlagerung. Viele Spieler in der letzten Dritte hochverdient. Und Daniel Brenne kommt ins Spiel und Mario Bügel, der zu der Karriere der Nationalmannschaft beenden wird. Nach diesem Monat, nach den zwei Aufgaben gegen Deutschland. Und dann spielen sie ja noch am Sonntag gegen Rumänien. Aaron Sene geht und der zuvor eingewechselte Daniel Brenne, der spielt in der Bayern Liga Süd beim SV Pullach. Das ist in der Nähe von München. Und in der Bayern Liga Süd ist er weit weg vom Standspieler zu sein. Einige wissen gar nicht so in dem Umfeld, dass er Nationalspieler Lichtensteins ist. Also eine sehr kuriose Geschichte kämpft dort mit Bullach gerade darum, die Klasse zu halten. Wir haben auch lange nicht spielen können aufgrund von Corona, der macht Torfußball. Also wie natürlich, hat er selbst noch mal gesagt, ein irres Erlebnis, plötzlich hier in Wolfsburg spielen zu dürfen, dann noch die deutsche Nationalmannschaft. Ja, vor 25, 26, 26 Euro. Das sind ganz nette Erlebnisse. Ja, und das ist auch eine schöne Einordnung. Wie klein, wie immer heute ist für die deutsche Nationalmannschaft. Boah, das war wohl ein Bummis, ey. Boah, wenn er ein bisschen rüber geht, hätte er nichts, oder? Ja, das sind nochmal die letzten beiden Treffer, die wir gesehen haben zum 6 zu 0. Thomas Müller und dieses wunderschöne Tor von Rete Wackow zum 7 zu 0. Hat doch einige Zuschauer hier auf den Plan geworfen, einen alten Klassiker zu schwettern. Mit Oh, wie ist das schön. Na, ist es doch auch. Ist es, oder? Ja, ist es, oder? Ja, ist es, oder? Der Rüge, guck mal, der ist abgespielt, der steht hier im Mittelfeld. Wer will denn, der Müller, das kann ja nicht wahr sein. Der Müller, ja. Shit, ey. Der Müller, der Müller, der Müller hat wieder den deutschen Nationalmannschaft. Neus-Zentrum kombiniert. Und mit Pande, quasi, das 8 zu 0. Er wird dafür voranliegt, wer den abfälscht. Trotzdem aber wieder erstmal direkt kombiniert. Am Ende ist alles durch. Zack. Rüge wieder dran. Ist ja klar, bei Torwart ist immer noch ein bisschen weg. Der ist ja nicht weg, der Sechser, aber das ist ja... Das ist ja echt... Mal den Meinung noch mal mit. Vor zwei Jahren, etwas mehr als zwei Jahren, gab es mal ein 8 zu 0 gegen Estland. Über 8 zu 0 stehen wir auch jetzt. Mal die Minuten noch zu absolvieren. Über Nachspielzeit, glaube ich, wollen wir nicht reden. Ne, ne. Bis zum 0.000. Ne, kommt beim Eis. wir werden sie doch in alles wein was die nido nagelfest ist mit ganz großem anstattiert also wirklich herausragend auch wenn es 08 ja jetzt kommen wieder einigen und sagen herausragend kommen auf den spielstand aber die kämpfen und feiten abgefilft ach du scheiße was ist so bitter die man sich ja nicht sehr schwer so neufzigste trotzdem sage ich positiv diese mentalität muss der sauerung Platz kriege nur seit der zehnten minuten in unterzahl spielst gegen eine deutsche mannschaft die hier nicht nach des keinerseits von parkour weil brentler es aufhebt noch unten Auch schönes Tor und Hinterkopf da immer. Ah, das wird jetzt noch im Wesen 10. Der ist echt fix und alle, wenn er in Bügel. Ein Super-Spiel. Ein Super-Dolter. Ein bisschen unglücklich gefallen. Das ist die Situation vor dem 9-0. Das ist so die angesprochene Mentalität auf dem Bügel. Das ist ja echt schon ein Schluss. Der Liga da immer noch vorhin. Es gibt doch noch 2 Minuten Nachspielzeit. 1 hier in Wolfsburg. Wieder Metzger. Aber er kann auch spannend werden. Lukas Metzger. Timo Werner fehlt heute, aber es kann auch da vorne spielen. Auf der 9. Oder so eine falsche 9. 2 Minuten. Aber im Netz war der EU 21 Europameister ausgewählt bei Man City. Gewürdiger Hamburger. Ja, und wir haben doch allejenigen, die Möglichkeiten jetzt ganz ganz wichtig auch für die Zukunft. Richtung WM, dass wir dort vorne auch Möglichkeiten haben. Und dann haben wir noch Müller und Reus, die haben auch mit ihrer Erfahrung auch mal spielen können. Ein Mann, oder? Der Zornator heute rein. Ein ganz wichtiges Spiel, wo du sagst, ich will vielleicht jetzt doch nicht einen Jungen spielen lassen. Interessant ist, der Lüdinger hat nochmal kurz hinter aufgefordert. Komm, mach Tempo. Die wollen jetzt ein 10 Tor. Klar. Die wollen jetzt ein 10 Tor. Und das ist der Eingabe etwas zu lang. Trotzdem gibt es Applaus von Böhler. Der mit seinen beiden Treffern mit Michael Pallag gleichzieht. In der ewigen Torjägerliste. Aber da habe ich noch bestimmt, oder? Vielleicht macht der Meisterschaft noch mit? Dann nochmal, zeigt er muss ein 22 Weltmeister werden. Hör doch mal. Halbe Minute noch. Ja, 10 Sekunden mehr. Hör doch noch. Da haben wir noch 20 Sekunden. Hab vorhin den Ball. Ja, ist nochmal. War gut. Komm, Einbruch. Schnell, schnell, schnell. Die Ball rein. Ginter. Spitzel ist rum. Und jetzt ist Schluss. Die deutsche Nationalmannschaft. Ja, Deutschland gewinnt 9 zu 0 gegen Lichtenstein. Ich bin ein bisschen zu hoch durch diese rote Karte und diese Eigentore von Lichtenstein. Aber sonst, top deutsche Nationalmannschaft. Es war zwar ein kleiner Gegner. Wir werden sehen, wer die großen Mannschaften kommen. Aber der Sieg ist wichtig. Und dann freuen wir uns am Sonntag auf das Spiel in Armenien. Die deutsche Nationalmannschaft. So, das Spiel ist aus. Deutschland gewinnt 9 zu 0 gegen Lichtenstein. Ja, durch diese rote Karte vielleicht etwas zu hoch und ich glaube zwei oder drei Eigentore. Die deutsche Nationalmannschaft hat auch das gut hinbekommen. Sind immer drangeblieben. Haben immer Chip-Bälle über die Abwehr gespielt. Klar waren das Amateure. Hat noch Krämpf nachher gehabt. Und jetzt recht mal, wir hatten voller Kapelle gespielt. Die jetzt Corona nach Hause müssen. Aber die anderen haben das sehr gut gemacht, die jetzt reingekommen sind. Und ja, es war ein kleiner Gegner. Da kann man jetzt nicht zu hoch heben, dieses Ergebnis. Wenn jetzt mal die großen Mannschaften kommen. Also, wie gesagt, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Also, ich rechne uns in Katar viel aus. Nächstes Jahr im Dezember. Jetzt gewinnen wir erst mal am Sonntag gegen Armenien. Wenn die Deutschen so spielen wie heute. Glaub ich, dann fahren wir die nächsten drei Punkte ein. Wie gesagt, wir sind schon qualifiziert. Dann kann man das locker angehen lassen. Aber diese Spielfreude der Deutschen war heute wieder super. Danke, dass ihr bei meiner Show dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.